Genau, ich meine, wir fangen ja alle wegen dem Spaß und der Musik an, wegen dem Spaß am DJing, wegen der Party, wir lieben das ja auch, deswegen sind wir ja DJs geworden. Es ist aber wichtig, dass du irgendwann, wenn du das lange genug als Hobby und zum Spaß eine Freude gemacht hast, es schaffst, den Sprung in das bezahlte Auftrags-DJing reinzuschaffen. Ich meine, der Spaß ist ja immer noch da, der geht ja nicht verloren, nur weil wir jetzt halt eine richtige Bezahlung dafür kriegen, sondern wir haben einen gewissen Wert, den wir jetzt nach draußen kommunizieren, den wir als Gegenwert bezahlt kriegen und wir bauen uns dadurch jetzt eine richtige DJ-Karriere auf. Das macht immer noch Spaß, das macht sogar, ich behaupte mal, mehr Spaß als vorher, als es so ein Hobby war, weil jetzt kriegst du sogar Geld für und mit dem Geld kannst du dir noch mehr geiles Zeug kaufen, kannst du geilere Technik kaufen, kannst bessere Musik, mehr Remixe mitholen, kannst dir mehr Promotion-Pools mit reinmachen, kannst dir mal einen geilen Urlaub gönnen oder was auch immer. Es ist wichtig, dass man den Sprung schafft und da sehe ich oft eine Hürde drin, dass das bei DJs schwierig ist. Es gibt Menschen, das sehe ich immer sehr häufig, die haben selbst nach zehn Jahren diesen Sprung noch nicht geschafft, weil sie ihn vielleicht gar nicht kennen, weil sie gar nicht wissen, wann der richtige Zeitpunkt dazu ist und so weiter oder weil sie vielleicht aus ihrem Hobby auch niemals ein richtiges Business draus machen wollen.